Man muss oben eine ganz flüssige Verbindung haben und noch Aerodynamik ausgelegten Sprungstil. Die Verfassung hat er, also kann er es uns jetzt beweisen. Tja, er tut's, er tut's, er tut's. Sein größter Bluff, auch in Bischofshofen. War der Probedurchgang. Lange nicht alles gezeigt, hat er aber sowas von zugeschlagen. Und hier haben wir das gleiche Bild. Wolfgang Leutzel. Er ist ja Taubitz, Bad Mitterndorf. Man legt Wert darauf, dass der Kulm von diesen beiden Orten sozusagen getragen wird. Er kommt aus Bad Mitterndorf, zweifacher Vater. Und natürlich, er ist der Hero. Er soll hier morgen und übermorgen gewinnen. Ja, und er zeigt das, was Adam Marisch gezeigt hat vorher, also in den Jahren, wo es gut war. Also wenn man die Form hat, dann funktioniert es auch einfach beim Skifliegen. Warum soll das nicht so sein? Aber Gerti hat er den Telemarkt nicht gesetzt. Ja, das ist natürlich auch sehr weit unten. Also da muss man auch erst mal sehen, wie die Druckverhältnisse sind. Da ist er bisher auch noch nicht hingesprungen auf diese Anlage. In beiden Probedurchgängen war er um die 190 und 88, 586. Also da muss man schon auch erst mal rausfinden, wie ist denn das da unten? Wie viel Kraft muss ich da auch?